Was brauche ich? Geil! Oh Junge. Voller Power. 30 Minuten. Feste. Die Autotakes von Zwayne sind ja richtig gut. Äh. What? Oh, die greifen. Jetzt noch ein Problem. Level 2. Nun, das hat ja die sind sogar komplett in 10 gespielt. Der war auch mit dem Warjump. Ah ja, aber okay. Ich laufe nicht. Ja, das ist natürlich, äh, gut. What the case is ja so dumm. What the case is dumm, ja, das stimmt. Kann ich den Relector outraden? Kann man remaken? Das sehe ich uns auch, ja. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ja, ich auch nicht. Klingen wir noch hin. Okay. Oh Gott. Jetzt will ich, jetzt will ich. Nee. Leider nicht. Oh ja. Ich habe halt noch Level 1, ne? Hallo noch der Lacker. Achso, der fightet euch wirklich. Ich dachte, der rennt weg. What the fuck? Alter. Der fucking triumph. Ich sterbe nicht beide jetzt, oder? Nein, nein. Aber ich sterbe. Dolat. Oh Gott. Ich bin legit davon ausgegangen, dass er nicht euch fightet. Er war ja alleine. Ja, was ist denn los für ihn? Wollen wir jetzt surrender? Ich schaffe euch so sehr, ey. Ich bin nicht künftig dabei. Etter Top-Winster. Gott, Imi macht Spaß. Gut, jetzt hat er doch erst drei Kills und eine gute Lane. Egal. Fokus jetzt. Positive. Positive. Ja, der gibt noch nicht, noch nicht 20 Sekunden. Das war super. Aber ich kann den zu dir doch. Oh, damit muss man auch. Schau. Den können wir uns jetzt snacken. 1.500 Gold im Inventor. Ich habe jetzt einfach zwei Ringer. Okay. Ja, die sollen Senna sind und wollen die Tür weg. Gut, wir haben auch nichts gehittet. Oh. Verruhig dich Senna. Ja. Äh, der liegt hier. Der brot schon wahrscheinlich. Ja. Ja, also bot lane ist unspielbar, Jungs. Wollen wir da jetzt hoppen? Ja, machen. Das bringt, glaube ich, auch nicht so viel. Der Renekton tötet uns auch 1v2, glaube ich. Aber ich bin bot da. Jo. Was machen wir da? Das macht schon, das macht schon echt Spaß. Wollen wir da mal nicht sagen? Ich habe mich fangen. Ehre. Ich komme nicht ran. Jetzt. Oh, der liegt ein Tower, ne? Ja. Das stimmt. Twitch ist auch tot. Jungs, 1v9 ist das hier. Free Elos Team. Excuse me. Junge, das Game ist so free. Hast du schon mal einen krasseren Swang gesehen? Hallo? Das sind selten gespielt. Game haben wir noch. Darauf erst mal 3 zuerst müssen. Gatte, Steffis Gekischere zeigt irgendwie nicht in Lanes statt. Man hört die Gatte noch hihihihihihi. Dann drücke ich Tab und sehe 4 Kills auf Twitch. Ja und 2 Tode. Guck mal genau hin. True, true. Könnt ihr nachmogen? Ja, die können uns halt easy fighten. Oh, Twitch. Ja doch, Twitch ist slow. Teleport. Er ist geflasht. Oh. Ich dachte, ihr kriegt den nicht. Ja, den kriege ich noch. Ich glaube, der Ticket war. Warum hab ich denn kein fucking Electrocute? Ich kotze, ey. Was hast du denn dabei? Ach, Conqueror. Ich hab die falsche Runen. Na gut. Okay, wir fighten die jetzt hier. Ja, ich bin super strong. Kann gleich von hinten kommen, boah. Zerstören die komplett. Die Mitte? Mal hier. Die hat noch Ulti. Oh, Junge. Oh, komm. Autopick. Nein. What? Ah, ich hab... Nice Maschine, Alter. Fuck. Den hast du aber, ne? Das ist der Swang. Ja. Wow, hab ich noch einen Play an der Stelle? Boah, der... Wladimir findet jetzt so viel dafür, ne? Ist fein, ich bin Mordekaiser. Sicher? Glaub schon. Der gute alte Trinity ist Wladimir. Oh, ich hab noch ne... Er wartet wirklich, oder? Aha. Glockst du nicht? Glockst du auch nicht? Oh, oh. Ich hab's versucht. Da, wenn die dich da halten wollen. Ja, ja. Ich hab Stopwatch. Ich hab Stopwatch. Ich hab Stopwatch. Das play mal. Er ist traurig, komm. Da ist was drin. Wollen wir mit was machen? Wer nach Dabot? Ja, kein Flash. Ja. Das ist halt Pool. Leider. Hey, Stopwatch. Oder ich? Cooler Champion. Hä, ist er... Was macht er denn? Okay, der intert. Ja. Richtiges Swang. Ja. Richtiges Swang. Äh, äh. Was, jumpen? Die ist auch so. Äh. Äh. Wenn du überlebst. Ja. Oh Junge. Ist wieder komplett insane. So leck. Hat hier jemand gesagt, wir hatten einen schlechten Start? Niemand, niemals, jemand. War früh, von Anfang an. Direkt gesagt, als Team schaffen wir das. Nein, wir sind sehr stark. Es war nicht so, dass 4 von 5 Leuten sagten in der 5 Minuten, ob man das schon surrendert hat. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest, also... Du da oben hast auch Spaß? 1-1-1, Top-Lane, gute Lane, sagst du? Pff, meine Insel? Lissin hat sich kurz verirrt. Ja, wir waren erst kurz gestrandet, direkt. Gut, ich war ja auf einmal. Das hört aus. Ja, es bleibt mir schon drinnen, Achtung. Oh, Alter. Okay, ich geh noch durch. Das Spiel mal, das Spiel mal. Ich komm, ich komm, ich komm auch. Ah! Oh, es war doch immer noch super zu lang. Nein, bleib stehend. Bleib doch stehend. Der Vladimir hat echt keine Ahnung, wie er den Punkt genutzt, ne? Ja, ich glaub ich gar keine Ahnung, wie sein Jam funktioniert. Ja gut, die Items. Was? Warum ist Zwayne so OP? Das ist ja komplett geil. Das ist kein RD-Carry. Ja, ist halt wirklich so. Nehmt ihr Drachen und wir swapen? Oh, das hört schon am Plan an. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Koordination, da bin ich ehrlich. Ich bin Gold. Ich bin Gold 1. Heißt nicht, dass es true ist. Doch, machen wir. Und auch eigentlich schon. Einfach über 2 Kale mit der 15 minuten. Ich sehe normalerweise das ganze Game über keine 2 in meiner HP-Leiste vorne. Das ist ja komplett geil. Ich bin gleich da oben. T-P hinter euch hier. Hier ist ein P-P. Das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich zu spät gesehen. I don't need a T-P. Ja, bleib stehen! Was habt ihr auch auf dem Tisch? Tim, der... Was macht er mit dir? Gar nichts, ne? Was denn? Er stimmt. Der Leader bleibt einfach von dem Adi-Carry. Okay. Mein Sven ist halt der Shit. Äh. Ey. Ja, das war vielleicht nicht zu viel. Attacke? Ja, doch. Da habe ich mich aber auf jeden Fall bedroht gefühlt, muss ich sagen. Das war schon... Das hat schon wie getan, da bin ich ehrlich. Du kommst jetzt hier, Vladimir. Ja, der mag mich nicht mehr. Vladimir. Oh. Oh. Was sind Türme, ganz ehrlich? Was ist das? Oh, da ist Ron. Oh, fack auf. War aber ein schönes Smile. Wollen wir sagen. Ja, ich bin tot. Tim kriegt ihn einfach, danke. Jetzt machen wir einen Clock. Ja. Der war zu früh. Den kriegen wir auch noch. Da kommt mir nicht Sinn. Ups. Da waren wir ja nicht in dir gerade. Nein, nein, nein. Ich helfe dir bitte. Ich habe keinen Hold mehr. Ja, jetzt bist du nutzlos. Ist das wirklich so? Das ist zu wenig für einen Scheiß-Champ. Ich nehme den Blu-Waff. Ah, ich nehme den Blu-Waff. Ich habe den Blu-Waff. Ich habe den Blu-Waff. Ich habe den Blu-Waff. Ich habe den Blu-Waff. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Ich mache das einfach durch die Base durch. Ich mache einfach, weil ihr hättet einfach aufgehen können, glaube ich. Nein, das wäre viel zu einfach gewesen. Okay. Mein Scheiß-Ups ausgelaufen. Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Oh Gott, Twitch ist so ein cooler Schämpchen, ey. Ich war halt, ähm. Warum ist der Twitch gefiedelt, Mann? Er chastet mich noch. Hilfe. Was lügst du, Steffi? Hä? Wieso bin ich denn da jetzt nicht gestorben? Hab ich. Wieso bin ich nicht gestorben? Wieso ist sie nicht gestorben? Hä? Dann fl्ड Oakland so richtig drauf. Oh, der ist insane. Aber der hat da ein guter Item Ende. Ey. Sowas versucht her. Er steht das da noch. Oh, scht 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 scht. Flab mir, Liebe. Hey. Hey! Haa! Haaa! Haa! 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 Und er stirbt. Das ist ein Kill. Du Hurt! Ne! Ah! Haa! 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 Die ist in OP. Die ist nerf. Die ist not. Dort! Oh! Da war noch was. Scheiß Conquer, wenn das voll gestackt ist der komplett Feierabend. Boah, ich hab gleich Rabaddons Jungs, dann gehts los. Die sind gleich schon fertig. Jaa! Ich würd schon gar nicht auf ihn. Oh, lol. Ja, schade. Und kein Flash. What? Ich bin eben Jump gestorben. Scheiß ADC OP-Rolle, was soll man sagen? Was? GG? Consequent defrost. Machst du noch? Machst du noch? Ähm, ich glaub nicht an dich. Ah, schade. Wir wollen ja nicht, dass Steffi wieder Diamond Promocode. Actually true. Ja, ich sag mal, nach dem Start hat das Game trotzdem noch eine gute Wende. Ich meine, nach dem Start war klar, dass wir das Game verlieren, also von daher. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.